Hallo. Hi. Eine Sekunde. So. Hi. Wir sind Kathi und Ben von Leo Burnett und beide sind beide Creatives hier. Und genau, ich steige einmal kurz ein in so ein bisschen, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, Apfel, was wollen sie mit dem Apfel? Die Sache ist, es ist so ein bisschen aus unserer Heritage raus und deswegen gibt es dazu eine kurze Story. Und zwar wurde Leo Burnett 1935 in Chicago gegründet, zur Zeit der Großen Depressionen. Und es war so, dass unser Gründer Leo Burnett am Anfang des Foyers alles ein bisschen zu leer war und er sich gedacht hat, komm, stellen wir doch mal eine Schlüssel mit Äpfeln auf den Empfangstresen. Ein Journalist hat damals geungt, weil, wie gesagt, zur Großen Depression, wer gründet da eine Agentur, dass er diese Äpfel wahrscheinlich bald eher an der nächsten Ecke verkaufen würde, anstatt sie eben zu verschenken. Und ja, zum Glück hat sich das nicht bewahrheitet. Mittlerweile ist es so ein bisschen unser Markenzeichen, weil tatsächlich in jeder Agentur weltweit auf dem Tresen am Empfang eine Schüssel mit Äpfeln steht. Genau, dann können wir mal weitergehen. Und zwar, ja, sind wir mittlerweile 80.000 Mitarbeiter weltweit in 100 Ländern und gehören zur Publicis Group seit ein paar Jahren. Und ja, genau, hier auf der Seite sehen wir nochmal ein paar von unseren Kunden. Und zwar haben wir da sowohl halt eben lokale Kunden wie Fraport, nationale Kunden wie Eurowings oder eben auch größere internationale Kunden wie zum Beispiel Alpha, Jeep und den Kunden, um den es jetzt heute gehen soll. Der ist mittlerweile unser größter Kunde hier in Frankfurt, den wir hier betreuen vor Ort. Und zwar ist das Samsung. Und an der Stelle übergebe ich jetzt mal an dich, Ben. Und dann haben wir euch einen coolen Case mitgebracht. Yes, vielen Dank. Wir haben ein Case von Samsung für euch mitgebracht. Es ist sozusagen ein Mobile-Mobile-Case. Es geht nämlich um eine neue Kategorie von Smartphones. Aber nochmal vorab, Samsung ist größer Kunde bei uns in Deutschland. Und für die sind wir in verschiedensten Brand-Units unterwegs. Vom großen Markenfilm bis hin zu wirklich vielen, vielen Mobile-Marketing-Campaigns. Und da im Speziellen gibt es eine Kategorie, die sich Foldables nennt, also faltbare Klapphandys. Von früher kennt man sie. Motorola ist wahrscheinlich auch jedem ein Begriff, war so der Vorreiter. Und heute sehen die Foldables so aus. Und das sind sozusagen, das ist das Fold und einmal das Galaxy Flip. Und das mittlerweile die Geräte hier in der dritten Generation. Und wir hatten dann die Aufgabenstellung, diese Geräte sozusagen, ja, für diese Geräte maximale Awareness zu erzeugen. Da einfach immer noch eine Menge Hürde besteht, wenn es darum geht, sich so ein Gerät zu kaufen. Und dass einfach immer noch sehr wenige Leute die Foldables auf dem Schirm haben. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen einfach, dass viele sagen, hey, der Screen geht einfach, geht doch kaputt nach einer Zeit. Und was ist eigentlich so der große, große Vorteil? Außer es ist irgendwie gerade sozusagen so ein leichter Hype. Und genau, und das war dann sozusagen so die Ausgangssituation und die Challenges, die wir hatten, war dann sozusagen, wie man aus der Nische heraus in den Mainstream kommt mit der dritten Generation. Und wie man sozusagen eine Kampagne macht für ein Gerät, was man noch nicht hat oder was wir noch nicht hatten und noch nicht zeigen durften, einfach weil das von Samsung HQ zurückgehalten wurde. Also sozusagen war es eine klassische Teaser-Kampagne, die wir uns überlegt hatten. Und als dritte Hürde natürlich die Thematik, dass es immer noch sehr viele Mobile-First-Kampagnen gibt, die so ein bisschen Stopping-Power vermissen lassen. Also das waren so die Vorzeichen und wie wir das dann gelöst haben, war mit folgender Kampagne und die nannte sich Unfold Your World. Und wie die Kampagne konzipiert war, zeigt euch unser Case-Film erstmal vorab, also Film ab. Kurz vor dem Launch der neuen Foldables von Samsung sah das Netz plötzlich schwarz. Okay, nur zur Hälfte. Was war da los? Zinsenlo? Hack? Screen kaputt? No, alles lief nach Plan. Über 40 Influencer posteten Content, der zur Hälfte geschwärzt war. Mit dieser einfachen, plakativen Idee zeigten wir den Vorteil der Samsung Foldables. Du hast doppelt so viel Screen und siehst, was andere nicht sehen. Am Tag des Samsung Unpacked Events klopften wir die Phones einfach auf und lüfteten das Geheimnis. Im zweiten Teil der Kampagne wurde der Teaser-Content durch Creator-Video-Contents fortgeführt. In diesen Unfold-Momenten zeigten sie völlig neue Seiten von sich. So bewies der Video-Creator Falco Punch, dass er nicht nur auf TikTok jede Challenge annimmt, sondern auch auf dem Tennis-Court. Das Model Betty Taube tauschte Laufsteg gegen Skatepark. Und Instagram-Celebrity Tim Shaker von den Elevator Voice surfte aus dem Netz in die reale Welt. Unser Hashtag wurde zum Trending-Hashtag und sorgte für über 400 Millionen Impressions. Samsung verzeichnete so viele Pre-Order-Bestellungen wie noch nie. Und wir konnten dazu beitragen, die Foldables endlich in der breiten Masse ankommen zu lassen. Kurz gesagt, bei dieser Influencer-Kampagne hat wirklich alles geklappt. Genau. Ja, das war der Case-Film und einfach jetzt nochmal so ein paar Hintergründe zur Idee. Wir haben einfach mit dem Medium gespielt. Wir haben eine Kampagne konzipiert am Ende, wo eigentlich die Hälfte gefehlt hat. Und dann war erstmal ein starkes Community-Management gefragt. Teilweise haben das dann auch die Creator selbst beantwortet, was da eigentlich so vor sich ging auf den Geräten. Auf dem wir die Kampagne ausgespielt haben. Und ja, über diese super simple Mechanik haben wir es eigentlich geschafft, dann den Vorteil der Foldables plakativ auf alle Mobile-Geräte zu bringen. Und die Botschaft dann in der Reveal-Phase sozusagen, doppelt so viel Screen ist gleich doppelt so viel Content und Spaß mit den Foldables. Im zweiten Teil der Kampagne, das war sozusagen der Teaser, haben wir dann über 40 Creator und Influencer konsultiert, die dann mit uns zusammen die Foldables massentauglich machen sollten. Aufgeteilt war das dann sozusagen in Hero Creator. Hier in der oberen Reihe Julian Bam, der ist mittlerweile relativ bekannt, Hannes Becker, ein sehr populärer Outdoor-Fotograf. Nico Hülkenberg war mal Formel-1-Pilot, die liebe Joyce war dabei und Rebecca Mir von Germany's Next Topmodel. Dann gab es sogenannte Makro-Influencer, die von der Reichweite ein bisschen geringer waren. Und dann haben wir nochmal weitere 23 Influencer, das Team Galaxy erweitert, um einfach noch mehr Reichweite zu generieren. Und genau, wir haben dann zusammen mit den Creatern sozusagen das Konzept uns überlegt, dass sie in ihren Kanälen mit den Foldables sozusagen nicht nur die Geräte entfalten, sondern auch sich selbst beziehungsweise eine neue Seite von sich zeigen. Und das kam in den Communities super gut an, weil der Content sozusagen nicht nur authentisch war, sondern auch total überraschend, weil sie sich einfach sozusagen neu entfaltet haben und in neuem Licht zeigen konnten. Hier mal so ein paar Beispiele. Wie gesagt, der TikToker war dann auf einmal auf dem Tennisplatz. Betty Taube Model war dann irgendwie im Skatepool unterwegs und Falco Punch beispielsweise als Surfer durch die reale Welt zu sehen. Und um euch nochmal einen Überblick zu geben, wie die Kampagnenarchitektur dann am Ende auch aussah. Wie gesagt, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, indem wir die Geräte nicht zeigen konnten, haben aber dann über diese Mechanik mit den geschwärzten Flächen sozusagen wirklich für Stopping Power gesorgt beim Scrollen, und dann in der Reveal-Phase sozusagen den Content enthüllt und dann ab dem Launch-Event, als das Phone sozusagen präsentiert war, zusammen mit den Creatoren die Foldables in den Communities inszeniert. Und aufgeteilt war das dann in Awareness und Consideration. Und wer sich dann die Phones bestellen wollte oder on detail sozusagen sich darüber nochmal informieren wollte, wurde dann auch teils auf samsung.com weitergeleitet. Und ja, das Ergebnis, wie im Case-Film auch schon erwähnt, hat alles geklappt sozusagen. Und wir haben traumhafte Ergebnisse, wir haben über 400 Millionen Impressions. Der Hashtag Unfold Your World war Trending-Hashtag. Und die übermittelten Verkaufszahlen sind wohl auch so, dass die Foldables nun in der Masse angekommen sein sollten. Und ja, das war's von uns. Das ist der gute alte Leo. Ein großes Dankeschön. Happy Weekend vorab und ja, bin gespannt auf euer Feedback.